Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Serie bei mir und zwar geht es dieses Mal um IT Security Monitoring. Ihr könnt das Ganze gerne als kleines Add-on, als erstes Add-on für die DevOps Reihe bezeichnen, denn ja, wir machen genau das. Wir nutzen ein Tool, um bei uns Vorgänge zu automatisieren und in diesem Fall versuchen wir das Aufzeichnen, das Überwachen von IT Security zu automatisieren, so gut wir es eben können. Natürlich fällt nicht alles weg dadurch, aber uns kann einiges erspart bleiben. Zum Beispiel können wir verschiedenste Sachen aufzeichnen, wie etwa Schwachstellen auf unseren Geräten, wir können das Netzwerk aufzeichnen etc. Und ja, genau das wollen wir machen und ich habe mir dazu professionelle Hilfe geholt von einem Tool, das nennt sich EngineSight, das ist ein Anbieter eben für IT Security Monitoring und tatsächlich eines der wenigen IT Security Monitoring Tools, die den Gesamtrundumschlag wagen. Und da kann man natürlich auch als Privater sehr gut mal sein privates Netzwerk aufzeichnen und mal gucken, was da eigentlich für ganze, für viele Geräte rumfahren. Denn heutzutage in Zeiten von Smart Home hat das glaube ich sogar jeder im privaten Bereich. Das heißt, selbst wenn ihr privat seid, diese Serie könnte für euch relevant sein. Und wir wollen uns das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Warum brauchen wir eigentlich IT Security Monitoring, beziehungsweise was genau ist das? Zunächst einmal, wir haben enorm viele Aufgaben in der IT Security. Wir haben so viel, was wir tun müssen, um eben sicher zu sein. Ihr kennt das Ganze mittlerweile, glaube ich. Es ist nicht einfach, da wirklich auf einem Stand zu bleiben, der aktuell ist. Zudem kommen bei manchen Unternehmen wirklich komplexe Netzwerkstrukturen dazu und teilweise sogar im privaten Bereich sind die Netzwerkstrukturen mit eben Smart Home, Smart Glühbirne, Smart Fußabtreter, was auch immer, sehr, sehr aufwendig und sehr komplex geworden. Und das Ganze ist leider auch nicht ganz günstig, wenn man viele Leute für IT Security einstellt, weswegen auch sehr viele Unternehmen daran sparen, was sehr, sehr schade ist. Kommen wir aber ganz kurz zu den Aufgaben, die will ich nämlich noch ein bisschen genauer beleuchten, bevor wir ins Tool reingucken. Und zwar sehen wir hier, wir wollen natürlich erstmal unsere Assets verwalten. Das heißt, wir haben nicht nur Computer da drin, wir haben Server da drin, wir haben Websites da drin. Wir haben also Endpunkte da drin, die von außen ansprechbar sind. Wir haben Internet-of-Things-Geräte, TV, Smartphone und so weiter und so fort. Also alles, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist, ist irgendwie zu monitoren. Wir müssen überprüfen, ob da Schwachstellen auf diesen Geräten vorhanden sind und wenn ja, müssen wir die natürlich finden. Zudem müssen wir natürlich auch automatisiert am besten das Ganze auf verschiedene Schwachstellen prüfen. Wir müssen Pentests machen. Natürlich kann man die nicht vollautomatisieren, versteht mich hier bitte nicht falsch. Die ersetzen keinen manuellen Pentest, aber zumindest sind sie eine kleine Hilfe, wenn man zum Beispiel nicht das Geld hat, um irgendwie monatlich oder halbjährlich einen Pentest durchzuführen, sondern nur vielleicht einmal alle drei Jahre oder sowas. Da kann so ein automatisierter Pentest auch mal ganz gut helfen, weil viele Tools kann man ja automatisiert laufen lassen. Wir wollen aber natürlich auch eben alles monitoren und eben auch möglichst automatisieren. Das heißt, wir wollen am besten Patches automatisieren. Wir wollen Cronjobs einrichten. Das heißt, verschiedene Aufgaben eben automatisiert im Hintergrund laufen lassen. Also eben zum Beispiel das Überprüfen auf Updates und eben sowas wie die Pentests und eben auch Alarme vielleicht ausstellen, falls wir gerade mal wieder, naja, eben nicht bei der Arbeit sind und plötzlich kommt ein Nile-of-Service-Angriff. Das hatten wir erst kürzlich. Das heißt, da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Und ja, das kann man alles mehr oder weniger oder vieles davon kann man zumindest mit einem Tool machen. Und zu dem wollen wir jetzt mal ganz kurz sprechen. So, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich natürlich noch ganz kurz erwähnen, dass ich hier definitiv von Engineside auch gesponsert bin. Das heißt, das ganze Video hier ist unterstützt von Engineside. Das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Das hat allerdings mehrere Vorteile, sowohl für mich als auch für euch. Denn ich habe jetzt natürlich mehrere Insider-Informationen von Engineside bekommen, die ich davor nicht haben kann. Und zwar, ich habe einen Test-Account bekommen mit einem extra angreifbaren Server, den ich euch dann mal zeigen kann. Da hat sich nämlich jetzt über die Monate wirklich was angesammelt. Und da sind wirklich interessante Dinge dabei zu beobachten, die ich euch jetzt natürlich zeigen kann. Das hätte ich anderweitig nicht machen können. Des Weiteren wurde ich natürlich darüber aufgeklärt, was gibt es für Pricing-Modelle, was gibt es generell für Möglichkeiten, wie könnte man die Serie aufzeichnen und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist möglichst eben gut für euch geworden. Das war sozusagen die Intention. So, jetzt zur Engineside selber. Das Ganze ist natürlich nicht kostenlos. Es gibt aber mehrere Varianten, sowohl privat als auch für Enterprise Business und im Endeffekt macht es genau das, was ich gerade gesagt habe in der PowerPoint, was wir hier eigentlich alles wollen. Und zwar automatisches Erkennen von Gefahren, das heißt Intrusion Detection. Wir können uns Warnings erstellen, wir können Dinge automatisieren, wie zum Beispiel Patches. Wir können quasi alles automatisieren und wir können sogar Pentests vollautomatisch laufen lassen. Hier nochmal kurz der Disclaimer, dass ein Pentest natürlich nur für eure eigenen Systeme in Ordnung ist und ein manueller Pentest kann von einem automatischen, zumindest heutzutage, noch nicht ersetzt werden. Das heißt, es ist ein Pentest, aber eben kein vollwertiger Pentest am Ende des Tages, weil, ja, ein richtiger Pentester braucht mehrere Stunden, wenn nicht gar Tage oder Wochen, bis er meinen vollständigen Pentest hingelegt hat. Okay, und ja, wie sieht jetzt eigentlich das Pricing aus, bevor wir natürlich jetzt hier starten? Es gibt, und das ist die Variante, die ich euch wahrscheinlich in den meisten Fällen empfehlen würde, das Engine Site Go Modell. Und das ist im Endeffekt nur 10 Euro im Jahr. Das ist quasi ein Kaffee, vielleicht nicht im Jahr, ein Kaffee im Monat, okay? Und, ja, das ist im Endeffekt allerdings auch stark limitiert. Das heißt, ihr habt nur einen Server oder einen Client eurer Wahl. Ihr habt eine Webseite inklusive aller Subdomains, die ihr dauerhaft überwachen könnt. Und ihr habt die Möglichkeit, eben auf Sicherheitslücken zu überprüfen. Das ist super und, ja, ist auch nicht begrenzt in irgendeiner Weise. Ich habe das Ganze tatsächlich ausprobiert, aber eben nur auf einen Server oder Client begrenzt und eine Webseite begrenzt. Es gibt mehrere Arten von Monitoring. Es gibt Monitoring von außen, es gibt Monitoring von innen. Der Server oder Client bezieht sich hier auf das Monitoring von innen, während die Website inklusive Subdomains ist quasi das Monitoring von außen, okay? Das bedeutet, ihr habt hier die Möglichkeit, sozusagen, ja, mehrere Arten Monitoring zu betreiben. Und hier ist jeweils eins davon verfügbar für 10 im Jahr. Das kann man wirklich machen. Da könnt ihr zum Beispiel dann auch euren Rechner in eurem Heimnetzwerk hinzufügen. Und falls ihr noch ein Raspberry oder sowas laufen habt, könnt ihr da die Webseite hinzufügen, wie ihr wollt eben. Dann gibt es natürlich noch die größeren Dinge, wie zum Beispiel das SAAS, also Software-Asset-Service-Modell. Da kann man dann natürlich jedes Asset hinzufügen, so wie man das eigentlich möchte. Das ist dann wirklich für die größeren Firmen gedacht. Und es gibt das Ganze für die Leute, die das lieber nicht bei EngineSide selber, also in der Cloud, die hosten bei AWS und bei der Telekom auf den Cloud-Servern. Und falls ihr das lieber selber hosten möchtet, was man absolut verstehen kann bei so einem sensiblen Thema, weil es ist ja im Endeffekt IT-Security-Monitoring, das möchte man am liebsten nicht abgeben, kann man das Ganze auch on-premise hosten. Und ja, das sind im Endeffekt die ganzen Modelle. Jetzt ein ganz kurzer Rundgang hier, also eigentlich kein Rundgang. Ich möchte euch nur das Dashboard heute zeigen. Und ihr seht hier, ich habe eine Showcase GmbH für diese Videos bekommen, mit der ich euch quasi zeigen kann, was ein angreifbarer Server eigentlich alles so im Netz aushalten muss. Ja, und wir sehen hier, ja, man kann verschiedene Hosts, also das sind die Server, oder auch die Clients kann man hinzufügen. Das sind sowohl Windows als auch Linux-Server, das geht beides. Und wir haben Endpoints, das sind sowas wie Webseiten dann auch, also zum Beispiel the-morpheus.de. Dann haben wir die Observations, zu denen kommen wir separat. Und wir haben hier die Möglichkeit, eben Sicherheitslücken zu überwachen. Das heißt, wir haben hier die Anzahl und die Übersicht über die ganzen gefundenen CVEs, deren Dringlichkeit und den zeitlichen Verlauf. Und das ist ziemlich nice, wenn man das einfach so auf einen Blick hat, weil man muss hier sehr, sehr viel verwalten in vielen Fällen. Und das kann einem das Leben wirklich einfacher machen. Wir sehen hier auch die Anwendungen, die am häufigsten von Sicherheitslücken betroffen waren, war auf Platz 1 Microsoft und zwar mit Abstand. Danach kam PHP, dann kam WordPress, dann kam jQuery und dann kam HTTP-Server, also der Apache-Server. Wir sehen hier auch hier, wie die Tendenz aussieht. Wir sehen hier aber auch, was die ganzen Sicherheitslücken hier zeigen. Das heißt, wir sehen hier, mit was für einem Risikoscore. Das heißt, wir haben hier auch direkt das Risk Assessment für uns gemacht, was natürlich unglaublich angenehm ist. Und wir sehen hier auch direkt, wie relevant die ganzen Dinger hier sind auf der Seite und auf welche Domain die vielleicht fallen. Dann sehen wir hier die Netzwerkanomalien. Und das ist natürlich vor allem interessant, wenn wir zum Beispiel gerade Opfer eines Denial-of-Service-Angriffs werden. Das bedeutet, wir sehen hier, ey, jetzt wird gerade zum Beispiel oder generell am meisten wurde SSH Brute Force getan und das sind tatsächlich echte Daten. Der Server ist wirklich im Internet so verfügbar. Und der SSH Brute Force wurde hier 2093 Mal ausprobiert. Der RDP Brute Force 1680 Mal. Das heißt, wir sehen, die beiden geben sich nur wenig. Und dann kommt hier ein bisschen eine Ping-Flood, also ein ICMP-Flood, auch ein Denial-of-Service-Angriff im Endeffekt. Ein TCP-Port-Scan dreimal durchgeführt, das ist nicht wirklich viel. Wahrscheinlich sogar selbst von Engines halt gemacht, weil man ja hier auch was probieren kann an dem Server. Und dann eben hier SSL und TLS-Protokolle, die analysiert wurden. Wir sehen aber auch hier die Assets, die betroffen sind. Das sind die IP-Adressen. Und wir sehen, hier sind gleich mehrere Assets dabei. Wir sehen hier auch die Audits und deren Dringlichkeit. Und ja, das ist tatsächlich sehr viel Information. Deswegen, wie gesagt, hier nicht nur ein Video dazu, sondern eben mehrere. Ich hoffe, es hat euch als erstes kleines Video gefallen. Und ja, wenn ihr da speziell Fragen dazu habt, dann schreibt ihr mir die ganz gerne mal in die Kommentare. Im Zweifel versuche ich die natürlich zu beantworten. Oder die Leute von Engines halt kümmern sich dann selber darum, beziehungsweise ich verweise euch einfach an den Support. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.